Ein hallo und willkommen zu der Showbox. Es geht weiter mit Christa hier. So, das letzte Mal hat sich Matthias in Ardor verwandelt und ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Ich hoffe, wir bekommen jetzt ein kleines bisschen erklärt von der Kaiserin. Ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit und gehen direkt zu ihr. Hm? Hör, ich spreche über Zeit, Frau. Ich komme hier aus diesem Weltkirchen. Ich benutze die Maschinen gefunden in den Ruinen um zurück zu gehen, wie die anderen haben vor mir. Wie Sie sicher auch auch machen. Ich denke, Frau. Die Frau, die Sie als Großmutter haben. Noch eine andere Version von mir. Von uns. Ich bin nicht sicher, was die Zeit lang sie geschafft hat, dich auszulassen. Ihre Frau war eine andere. Nicht sagen, dass Sie nicht erwähnt haben. Sie sehen die Kathedras. Sie sehen, Frau. Wir haben so viele von uns. Sie haben eine andere Strategie. Strategie? Was bedeutet das? Was für was? Um ihn zu verhören. Um ihn zu verhören, Ardor. Ardor versucht, um die Maschinen der Ruinen zu verhören, um eine Planetary-Scale-Time-Jump. Behold. Ardor. Ardor will sie rausziehen die Rennos-Civilisation aus dem Vergangenen in den Vergangenen. Er will überwarten die Geschichte, den ganzen Welt und alle dabei. Ja gut, die Geschichte, die jetzt immer war, hat auch viele früher schon angst zählen können, hatte ich gesagt. Jeder von uns ist geboren, jede Zeit, ihn wieder kämpfen. Aber wie die anderen vor mir, habe ich nicht verloren. Ich konnte ihn nicht sehen, wie wir ihn diese Zeit haben. Es gibt immer eine andere Seite, eine andere Strategie. Er sieht, dass er wieder gewonnen hat. Also, ich benutze die Maschinerie der Ruins. Ich bin zurück in Zeit, um die Fehler zu machen, die ich gemacht habe. Und, wie es passiert viele Male, habe ich verletzt. Hör, Chrisbell. Die Zeit langweilung ist unmöglich. Du musst das verstehen. Und, wie es passiert. Wenn wir nachher zurückgehen, unsere Persönlichkeiten merge. Wenn wir nachher zurückgehen, der Merger wird unmöglich. Wir haben zwei von uns. Und so... Wir haben uns über die Jahre gearbeitet. Ich lerne viel über unsere Geschichte in den Renner Ruins. Ich wollte das Ganze enden. Für alle von uns. Das ist nur möglich, wenn wir diese Ruins verletzieren. Und die technologie der Zeit langweilung, die sie verletzieren. Also, das ist das, warum du versucht, die Ruins verletzieren? Aber die Destruction... So viele Leute... Wo sie recht hat. Wo sie recht hat. Wo sie recht hat. Wo sie ernstiate. Wo sie recht hat. Wo sie selbst zu essen. Wo sie recht hat. Wo sie recht ist. Wo sie recht hat. Die Fehler. Responsibility is yours alone. You must survive. To grow up and become me. There is nothing you can do now. He has sealed the doors. Go back and learn from my mistakes. Succeed where I failed. Destroy the ruins. Break the cycle. Until then, our struggle will continue. Crispel, be better. Crispel, you have returned. It's a miracle. Did you defeat her then? We did, Mother Superior. But it's far from over. What in the ladies name do you mean? Well... Tell the whole story. That was all she said. Then she teleported us here. Are you going to do it, Crispel? Go back in time and become... What? No, of course not. I would never... I mean, I... What other choice do we have? What should we do? How could we have been so blind? What fools we have been, clinging to ancient superstitions. Elena always told me she had been feeling this strange feeling around the orphanage. There must be a way. We have to open that door. We have to stop him. And we have the access keys. There must be a way to use the devices down there to open the door. It's a machine. It's run a technology. If only we had someone who was good with machines. Uh, who else? Someone who knows machines like... Audrey! But even that wouldn't be enough. They'd probably have to know about chemistry and engineering, too. Plus, be able to work with all kinds of weird materials and know about all that Rana technology stuff. We know a talented artisan from Cinder. Tecna can work with almost any kind of material. They'd really need their own tools, too. Maybe a change of clothes? I bet those ruins get totally messy. Zaz? Probably ought to pack lunch, too. That's gonna be some hungry work. Zaz! Huh? Oh, Tecna, yeah! What else did you say? Someone who knows chemistry? I suppose we could ask Miss June from Nareem. She knows all about those kinds of things. Great! Now we just need someone, that knows a lot about the Rana. Oropen! He was researching the Rana for the university. We need to go get Audrey, Tecna, June and Oropen and bring them here. Together, maybe they'll be able to figure this out. Let's go back to Paulina. Ähm, die Namen sagen mir alle was. Weiß aber nicht mehr was. Ja, haha. Schon ein bisschen her. Ähm, Paulina? Bist du da oben? Wo ist denn unsere Paulina? Sie ist eine Scheer. Sie ist eine Scheer. Ähm, Paulina? Wo ist denn? Ähm... Was mit J.K.A.R. muss auch mit ihr zu sein. Wie werden wir jetzt irgendwo gehen? Nein, 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 nein. Das kann nicht sein Ende. Nicht jetzt. Wir, wir, wir... Entschuldigung, alle. Ich habe eine große Beste gemacht. Wir haben die falsche Person verletzt. Wir haben alles verloren. Juste, aufhör dich, Chris. Alles kann passieren. Okay, da ist wirklich was. Oh, das ist ja cool. Der Drache. Oh Gott, es ist der Drachen! Was ist das Ding hier? Nein. Ich glaube, es mag Chris Bell. Jetzt, dass die Empress ist weg, ich glaube, es denkt, dass ich sie bin. Um, Drachen kann fliegen. Du weißt, er ist großartig, um zu tragen. Hold' mal ein bisschen. Du weißt, du willst uns das Ding fahren? Well, hast du eine bessere Ideen? Du könntest versuchen, die Sproutwings selbst zu sparen. Ich denke, das wäre unglaublich. Nur gesagt. Okay. Ich glaube, wir gehen durch den Drachen. Chris Bell, die Drachenzämmerin. Mutter der Drachen. So, oh. Der große Kristalldrache steht zu deiner Verfügung. Erhebe dich in die Lüfte des Königreichs und reise, wann auch immer, das Herzbegehrt. Die große blaue Weite ist für dich nicht länger eine Einschränkung. Wir können jetzt überall hinreisen, das ist ja richtig cool. Oh, das ist ja nice. Das gefällt mir. Ich habe ein bisschen was von Secret of Mana. Weißen wir mal hier hin. Ne, hier nicht. Wir müssen nicht hier hin. Wir müssen in die Stadt, natürlich. Oh Gott, nee. Wenn ich wüsste, wen ich jetzt ansprechen muss. Äh. Besprich mit Tagna, Adrie, Orphan und June. Gib mir doch bitte einen Quest, mache. Damit ich weiß, wen ich ansprechen muss. Das ist Mario. Äh, Tagna, Tagna. Wer war das Tagna? Sag mir mal, wer Tagna war. Ähm. Gehen wir mal nach Sender, als erstes, glaube ich. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Ah, da haben wir... Aha, da haben wir... Was ist denn das da hinten? Ah, das ist das Regenbogen. Das Ding gewesen. Ich weiß, wir sind jetzt nicht ein Sender. Aber... Vielleicht gibt es da jemanden. Das ist Joseph. Das ist Saul. Das ist Badan. Das ist Dreena. Okay, okay. Kann ich hier noch eine Waffe verbessern zufällig? Wie sieht es mit meinem Geld aus? Passt. Da ist die Sahne. Ähm. Das war so scary. Hm. Danke. Wir treffen dich außerhalb der Stadt. Okay. Oh, von hat sich die Gruppe angeschlossen. Okay. Mehr aber nicht. So, dann müssen wir noch wen abwenden, müssen wir alles suchen, denn... Äh, Audrey, Orphan June, Tuckna. Könnte es sein, dass diese alle in Cinder... Ach, ne, warte, sind. Das ist du, das... Das wäre witzig, wenn wir... ...Wedge and Picks hier mitnehmen müssten. Oh, hier in... Oh. Hm, ganz schöner weiter Weg hier zu fliegen, das sind da. Oh. Oh, ich weiß nicht, wer das war, ja. Ich glaube, das war einer davon, ne? Ist das Audrey? Ah, Tuckna. Hm. 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 Wunderbar. Gibt's hier noch irgendjemanden? Den ich ansprechen kann? Oder... Wir haben jetzt... Wo ist June? Wo ist Audrey? Uah, wenn ich wüsste, wer das nochmal war. Junge, Junge. Ah, warte mal. Alles zerstört in der Zukunft und in der Vergangenheit und jetzt... Ah, June, June, June. War das nicht die Apothekerin, June? Soweit ich weiß. Oder soweit ich mich erinnern kann. Ah, und die... Natürlich, und die Technikdruse her. Natürlich, natürlich. Wie konnte ich sie vergessen? So, hier ist ihr Crystaris. Und hier unten ist dann wahrscheinlich... Senclarity und... Genau. Da wollte ich hin. Hier ist sie doch. Ich glaube, das ist June. Natürlich, Chris Bell. Alles für dich. Können Sie uns mit uns zu den Renner Ruins kommen? Wir sammeln Experten in verschiedenen Fällen, um ihre Technologie zu finden. Renner Ruins? Was hast du... Nevermind. Ich weiß nicht, was ich tun kann, um zu helfen. Aber wenn du so sagst, dann gehen wir. Wunderbar. Wir treffen dich außerhalb, Noreen. So, und jetzt holen wir noch die Technikdruse. Oh, hier... Ähm... Gibt's denn eine Abkürzung? Ich glaube, da gibt's eine Abkürzung, dass ich den ganzen Weg hier nicht hochrennen muss. Dann machen wir da rein. War alles da, oder war das die andere Kanalisation? Das war die andere Kanalisation. Flucht und Sybinet. Was ist denn hier gelandet? Ach, ne, Abkommen. Da wollte ich doch hin. Nicht falsch. Ah... Kann ich bitte raus, irgendwie? Ich hab mich verlaufen. Nein, 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 nein. Oh, ist das nervig mit dem Abwasser hier. Ne, 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 ne. Nein, nein, nein. Ach, komm. Wo waren die denn? Die hab ich ja, glaube ich, hier noch nie getroffen. Hm. Wo kann ich hier rüber? Flür das Wasser auch mal auf? Oder fließt es einfach die ganze Zeit? Schon, als würde es die ganze Zeit fließen. Ach, wie nervig. Ich wollte eigentlich gar nicht da rein. Den tendenzialen. Ok. So. Denkst du nicht nur... Oh, jetzt bin ich in den Ruinen, okay. Cool. Und wie komme ich jetzt wieder raus? Na, jetzt kommt noch ein Kampf. Wisst ihr was? Ich glaube... Wir sehen uns gleich. Nochmal, weil ich werde jetzt definitiv mal einen kurzen Cut machen und dann sehen wir uns in der Stadt, weil das ist mir echt zu nervig. Bis gleich. So, jetzt bin ich, ich glaube, 8 Minuten oder so in der Kandidatierung geirrt und das wäre so langweilig gewesen, wenn ich jetzt alles aufgezeichnet habe. Ich bin jetzt endlich in der Stadt angekommen. Schlussendlich war es doch der falsche Weg. Ich hätte einfach geradeaus hochgehen sollen, ohne Spaß, was ich mir dabei gedacht habe. So, da haben wir alle zusammen. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir von da aus losreißen können. Das wäre nämlich super praktisch. Können wir. Dann hätten wir quasi auch hier landen können, ne? Pah! Merkt euch das. So, dann müssen wir nach Crystalis hierher. So, dann laufen wir den ganzen Weg wieder hier zum Eingang hinten raus. Oder wisst ihr was? Ich mache hier den Cut und wir sehen uns dann gerade einfach am Eingang. Hier wäre es damit. Die Folge geht nämlich schon wieder ein bisschen, ja, quasi genau 30 Minuten jetzt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao und habt eine gute Zeit. Bis dahin, macht's gut.